Salü ihr Medo und ihr Buben, willkommen zur zweiten Staffel von Wimworld, diesmal mit prominenten Gästen, Maggie und Max. Hallo! Hallo! Das ist mit eurem Namen furchtbar, ich will immer Max und Maggie sagen. Ich hab Max und Maggie drin, der erste auf die ich zeige, Maggie, will ich immer Max sagen. Ja, mir geht's gut, Max, danke. Geht's euch auch gut? Ja, super, alle checkt, wir sind gespannt. Wir sind voll spannend und sind sehr spannend, wie es abgeht und... Du sollst nicht so viel labern, wir wollen spielen. So, erstmal gesagt, die erste Staffel hat ja damit geendet, dass die meisten von uns tot sind. Entweder durch Max' Kochkünste oder äußere Einflüsse wie ein Giftnebel oder Banditenüberfälle oder eine Horde fleischfressender Schildkröten. Genau, und ihr klaut wohl mal, wa? Einige. Ein paar. Genau, weggeschleppt. Genau. Äh, Maggie, ich glaub, du wurdest weggeschleppt, oder? Ja, ich wurde verschleppt. Max ist glaub, nicht gestorben. Ich glaub auch. Nee, ich glaub nicht, ich glaub, weil der Einzige überlebt hat. Nee, da warst du nicht, du bist gestorben. Also, wir sind jetzt auf einer neuen Welt mit einer neuen Version von Wimp World. Also, wir haben jetzt Gebiete. Wir befinden uns in, äh, Mal... Na, das ist ein Totenschädel, das ist ein bisschen blöd. Malvinas List-Tiger. Keine Ahnung, was das sein sollt, aber aus dem Kackermarsch halten wir uns besser raus. Das klingt nach Durchfall. Was haben wir denn noch? Die Podehemme. Ich muss mal kurz gucken, was wir hier für Gebiete haben. Der Balabanalotranbayo. Ah. Der Moor-Selsam-Körper. Der Alt-Grünhaut-Sumpf. Okay. Die violetten Rabenhügel. Der Anal-Sumpf, was? Was? Anala-Sumpf, tatsächlich. Anala-Achtung. Na, Gott sei Dank sind wir nicht da. Die Schohat-Dettner-Insel. Die Runde-Lippe-Plateau. Also, die Namen sind ja geil. Die Eisignase-Schonf. Ein riesiges Schneegebiet. Ach, du Scheiße. Oder die violetten Schildkröte-Berge. Da gehen wir nicht hin. Schildkröten sind böse, haben wir gelernt. Auf der letzten Folge. Ja, auf jeden Fall. So, der Golf von Romar. Die Dinosaurier-Berge. Oh, das klingt ja echt interessant. Aber da könnte ich mich jetzt wieder drin verlieren. In den Namen. Ja, ja. Wombatsee. Gut. Der See brutal. Egal, wir gehen jetzt mal zu unseren Überlebenden. Und zwar diesmal ein anderes Szenario. In der ersten Staffel waren wir ja Überlebende eines Stammes. Ja. Wie, Dei? Wie, Dei? Na ja. Egal. Diesmal haben wir Überlebende eines Raumschiff-Absturzes. Eines Raumschiff-Absturzes. Da oben steht WIDA. Wieso steht da WIDA? Ach, das ist die Katze. Da. Ach so, WIDA liegt auf der Katze. Ja. Die gilt. Ich würde, also macht erzieherische Maßnahmen. Wir haben die gute Maggie. Ja, mach ich. Und Max, komm mal her. Ich will mal eine Seitenansicht von dir. Komm, dreh dich mal, dreh dich mal. Ja. Haha. Wer immer wissen, was unter der Kappe steckt, da seht ihr's. Genau, ich hab ein Iro. Seit langem. Ja. Also Max ist Künstler, hat in der Kindheit in der Industrie gearbeitet und was er jetzt macht, weiß er eigentlich keiner, aber kriegt er für jede Menge Geld. Ja. Finde ich. Maggie ist diesmal in dieser Staffel der Pyromane und Staatsdiener. Also sie übernimmt hier die geistigen Aufgaben und dass es keinem kalt wird. Genau. Und WIDA ist so ein bisschen der Entdecker und schießwürdig. Äh, schießwürdig, nicht würdig. Und die Katze ist einfach da. Ja, okay. Die existiert. Die Panen. So, und jetzt das Besondere. Ähm, ich werd diesmal nicht, diesmal zwar spielen, aber die Anweisungen bekomm ich von den zwei da, den zwei Berlinern. Äh, also, ob wir hier eine blühende Siedlung bauen, ob wir den Planeten durch eine Mauer teilen, das entscheiden die beiden. Ja. Oder ob wir gleich, äh, Ende der Erfolge gleich tot sind wieder. Jaja, genau. Das könnte natürlich auch passieren. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich werd mich ziemlich raushalten. Ich werd nur zweimal als Joker fungieren. Also, wenn die beiden irgendetwas, ähm, ungesundes vorhaben, dann werd ich mal drauf hinweisen. Aber auch nur zweimal. Ja, aber, aber um Hilfe dürfen wir anbitten. Ja, ich werd das aber auch so ein bisschen, äh, in Grenzen halten. Also, wenn ihr mich jetzt fragt, wo würde ich meine Hütte bauen, ähm, da werd ich jetzt ein bisschen, da werd ich ziemlich schwammig bleiben. Okay. Okay. Also, jetzt ist der öfte April, April Mai, legen wir los. Legen wir los. Achso, ähm, ihr beide wechselt euch ja ab, ähm, so etwa alle fünf Minuten. Und, äh, Maggie fängt an, hab ich das grad richtig? Ne, wir machen, äh, abwechselnd Anweisung. Ah, Anweisung, erst sag ich was und dann muss Max da weiter. Genau. Gut, ähm, und um die Sache noch ein bisschen spannender zu machen, wenn Maggie ja zum Beispiel sagt, bauen Haus und Max sagt nein, ähm, man kann die Anweisung, die gerade gegeben wurde, nicht widerrufen. Genau. Okay. So, ähm, so machen wir das. So, dann fangen wir mal als erstes an, ein Feld zu bauen mit was zu essen. Ich geh's ja nicht, was wir zu essen jetzt. Okay. Was wir anbauen können. So, ähm, es ist ja eine neue Version, deswegen muss ich mich jetzt auch grad nochmal ein bisschen einfinden. Okay. So, Anbauzone. So, so, wie groß soll ich die etwa machen? Äh, sagt einfach, das untere Feld sieben, das obere acht, sagt, wie ihr es wollt. Ja, sieben und acht klingt gut. Also unten sieben, oben acht. So. Ja. Sehr schön. So, ich lass die Zeit dann jetzt auch mal langsam laufen. Was wollt ihr anbauen? Was gibt's denn? Warte mal. Müssen wir mal lesen. Also die Lebensmittel sind diese vier. So, Reis, Kartoffeln, Mais und Erdbeeren. Dann machen wir Kartoffeln und Erdbeeren. Ähm, das ein Feld geht nur eine Pflanze. Also Kartoffeln oder Erdbeeren. Ach so, dann, äh, Erdbeeren geht schneller bestimmt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt schon anbauen könnt, weil die haben mindestens, ähm, Anbaufähigkeit fünf. Landwirtschaft eins, Landwirtschaft vier. Ach doch, ihr könnt Erdbeeren. Also Maggie kann Erdbeeren. Ja, dann, äh, baut die Maggie bitte Erdbeeren an. Ja, sie macht das erste Mal alle Bäume hier fällen und das ganze Gras platt. Ach so, okay. Okay. Können ja andere schon andere machen, ne? Ja, bis jetzt macht noch keiner irgendwas. Ähm, wieder hat einfach nur mal zwischen die Bäume gekotzt und Max läuft ja rum. Er verweigert ja etwas zu tragen. Aber, ihr habt euch gerade gesehen. Oh, Maggie ist auch gerade am Erbrechen. Ähm, nachdem sie mit Max gesprochen hat. Ja, wie immer. Was? Kenn ich. So, plaudert nett mit Max. Da ist ein großes Tier. Das ist ein Faultier. Ein Faultier? Das ist ein Faultier. Ein Riesenfaultier. Oh, das ist ja süß. Okay. Ähm. Ja, schön, dass die da was macht. Außer Ecke. Wie, da macht er auch nichts. Wie immer. Ihr könntet mal Anweisungen geben, dass hier beispielsweise die Bäume gefällt werden. Ja, ich bin jetzt erstmal dran, aber. Ja. Du nicht abwechseln. Ich möchte gerne, dass die Bäume gefällt werden. Sehr gut. Von wieder. Mach's. So, was für ein Bereich? Genau, von wieder, aber ich darf ja nicht machen. Ja, du machst es einfach nicht. Dein Charakter verweigert tragen. Ich weiß nicht, ob du die Arbeit Holzhacken verweigerst. Aber ich kann natürlich gerne die Beschränkung mal sehen. Ähm, nein, die Zuweisung. Nein. Arbeit. Arbeit, so, jetzt hab ich's. Ähm, Waldarbeit. Oh, macht auch nur Maggie. Aber ihr beiden könntet da helfen. Also, Wider kann helfen und Max könnte auch helfen. Aber du sagst ja nur der Wider. So. Also, Maggie, keine Waldarbeit. In welchem Bereich soll ich Bäume fällen? Na, möglichst da, wo das Feld dann auch hinkommt. Also, etwa so. Ja. So, ich lass'n bisschen schneller laufen. Wieder fängt jetzt an, die Bäume zu fällen. Ja. Genau. Und Max unterhält natürlich die Leute. Das ist toll. Wie lang sind denn aber, äh... Nein, die Karte hat genug von Max. Ich bin nicht. Oh, verdammt. So. Dann, äh, dann geb ich dir eine Anweisung, ne. Max könnte jetzt aber im Prinzip jagen gehen, ne. Der kann doch mal gucken, ob irgendwo Viecher sind. Achso, das bringt uns ja doch ja nichts, weil die haben ja noch nichts, wo wir das Gefühl halten können. Ein Tipp von mir jetzt mal an dieser Stelle. Hier liegt jede Menge Ausrüstung rum, die, naja, eure Charaktere nicht anfassen, weil der Verbot noch nicht aufgehoben ist. Und es ist auch noch niemand bewaffnet. Also. Also. Okay, dann, äh, rüste uns bitte alle mit Waffen aus. Mit den passenden Waffen oder ist das egal? Nein, also wie gesagt, die Fernkämpfer kriegen Fernkämpferwaffen und Max als Nahkämpfer, nee, wieder als Nahkämpfer kriegt, äh, natürlich ein Messerchen oder so, ne? Max ist der Nahkämpfer. Der kriegt das Messer. Achso. So, Moment, da muss ich erstmal den Verbot für die Waffen aufheben, dass ihr die überhaupt aufheben könnt. Also, Max, das Messer ausrüsten. Ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ihr habt beide die gleichen Fernkampffertigkeiten, deswegen, willst du den Revolver oder das Gewehr haben? Ich will das Gewehr haben. Also, wieder soll dann die Pistole? Genau. Gut. Ist ja kleiner als ich, ne? So, ein Revolver hat aber ein bisschen mehr Rückschlag. Ja. Ihr habt aber auch die gleichen Fernkampffertigkeiten, insofern. Nicht, dass er durch den Gewehr nach vorne fällt. So, jetzt musst du wieder Anweisungen geben. Ähm, da liegen auch noch mehr Sachen rum, wa? Ja. Holz, Medizin, Nahrung. Genau. Medizin. Da möchte ich gerne, dass du alles erstmal freigibst. Also, mit der Spielgeschwindigkeit könnt ihr auch sagen, jetzt ist Mittel, ich kann langsam eine Geschwindigkeit machen, ich kann pausieren oder ich kann ganz schnell machen. Also, da könnt ihr jederzeit was sagen, das zählt nicht als Befehl. Okay. Okay. Ja, weil das ist, äh, das wäre ja schön, wenn es ein bisschen schneller wäre, weil, äh, bis das komische Feld da fertig ist. Ja, aber wenn es schneller läuft, kann aber auch immer schneller was passieren und, äh, zu reagieren, ist ja sehr gut. Ja, aber auch. Oh, dann lassen wir es lieber bei Mittel. So, gut. Also, ich habe jetzt alles aufgehoben, ihr könnt jetzt alles benutzen und aufheben. Und eure Leute essen auch selbstständig. Also, wenn sie Hunger haben, gehen sie hier an diese Nahrung. Okay, da ist Nahrung, okay. Gut, dann bin ich ja wieder dran, ne? Ähm, dann kann Max mal, ach so, der trägt ja nichts, wa? Sonst hätte der uns da oben an der Ruine mal ein Häuschen bauen können. Ja, er baut, er trägt halt noch nicht. Also, hier seht ihr ja die Arbeit. Der musst du hintragen. Dann müssen Max und ich, äh, wieder und ich, jetzt, äh, mal Material nach oben zu den Felsen tragen, Holz möglichst. Also, ich muss erst, ich muss den Befehl geben, dass, äh, dort etwas gebaut wird, damit die Materialien dort hingetragen werden. Ich kann aber auch, ähm, ein Lager irgendwo errichten, eine Lagerzone, wo alle Materialien hingebracht werden, die ihr benutzen könnt. Aber erst mal müsst ihr das Häuschen haben. So, wo wollt ihr es hinhaben? Da oben an den, äh, genau da, an dem in die Kuhle rein. Da, wo keine Bäume sind. Da, wo keine Bäume sind, in die Kuhle. Die kann man auch. Nee, weiter rechts. Weiter rechts. Genau da, genau den. Ein schön großes Häuschen, wir müssen ja alle drei reinpassen. Ähm, na gut. Genau da. Soll ich mal kurz pausieren? Jo. Ja. So, Strukturen. Ihr wollt Holz, habt ihr gesagt. Ja. Ähm, da steht jetzt zu wenig vorhanden, das ist Quatsch. Ähm, hier ist ja das Holz, das steht jetzt nur, weil ihr keine Lagerzone habt. Oh, verdammt. Ah, okay. Das wird ein komisches Häuschen. Du fahrst unser Haus. Ey, guck mal. Architekt hättest du nicht werden sollen, Flo. Das ist, das ist, der Künstler ist ja Max. Ich wollte jetzt nur ein Gebäude bauen, das ihn anspricht. So, ähm, wo soll ich ansetzen etwa? Na, noch weiter drinnen? Ja. Soll ich dann hochziehen? Ja. Oder zur Seite? Zur Seite. Also hier in diese Richtung? Ja. Okay. Wie viele Fälle? Büngros. So, acht. Nee, acht. Acht? Acht ist ganz schön klein. Na, dann zehn. Aber dann, ja, zehn ist okay. Ja, zehn ist... So, okay. Jetzt habt ihr eine Wand oder wollt ihr eine Mauer bauen? Na, ein Viereck war also ein... Das ist ja die Wand. Ein Grundriss. Ähm, von hier aus dann? Ja. Nach unten? Ja. Ja, logisch, das würde ein bisschen komischer sein. Wäre sonst rein. So, ähm, auch wieder zehn. Ja. Das sollte reichen. Ja. So. Also ein Viereck soll ich machen. Das ist richtig. Genau. Genau. Ein ganz stupide Viereck. So, die Tür? Wo ungefähr? Die Tür? Du musst ja das Viereck erstmal schließen. Das Viereck ist geschlossen. Ja, ja. Jetzt so. Ähm, die Tür. Du, sagst du. Also ich bin ja dran. Ähm, die Tür möchte ich gerne, ähm, rechts haben. Wo das, wo die Sau ist. Genau. Okay, dann lasse ich die Zeit mal laufen, dass da schon was gemacht wird langsam. Genau. Aber so macht das Spiel ja auch Spaß. Das ist ja echt witzig. Dann spielt man das ja theoretisch. Oh, wie der fängt an zu tragen. Das ist schön. Ja, das ist gut. Wenigstens Ena. Na, ich müsste ja theoretisch nur bauen. Ja, du kriegst gleich den Befehl zum Bauen. Aber er baut ja auch schon fleißig. Ja, wie er baut schon. Max, äh, schläft. Max darf mitbauen. Achso. Er kontrolliert die Bodenqualität. Genau, das ist ganz wichtig. Jetzt schläft er. Nur. Sind wir jetzt gerade in der Nacht? Wir sind jetzt in der Nacht, genau. Achso. Na, dann dürfen die erst mal schlafen. So, wir können ja weiter. Noch schlafen und dann frei. Können wir schon weiter befehlen? Ja, ja, könnt ihr weiter. Wie macht man denn jetzt, dass Max dann endlich baut? Also, bei, achso, am besten ist, wir tun da jetzt wirklich erst mal so eine Lagerhalle hin, ne? Ähm, die Frage ist, ob Max wirklich bauen soll. Er macht es zwar, aber er hat die Fähigkeit null. Also, wieder hat Beispiel Fähigkeit acht und du hast zwei. Also. Ja, dann baut lieber wieder. Aber Max kann mal in vier jahren gehen. Da liegt doch so eine tote Sau. Äh, so eine schlafende. Jagen hat er auch null. Ich weiß nicht, ob wir ihn wirklich jagen. Er kann kochen, er kann Tier pflegen, ähm, Bettruhe halten kann er. Also, ich kann theoretisch alles machen, was, äh, vor Ort, äh, zu machen ist. Du kannst Waldarbeit machen. Da bist du eigentlich ganz gut. Waldarbeit, das heißt Bäume füllen. Achso, dann ja. Ja, genau, aber Holz brauchen wir ja auch erst mal. Weil da sind ja auch lauter Bäume in unserem Häuschen. Und Waldarbeit kann er auch leisten. Äh, er hat zwar nur die Fähigkeit vier, ähm, aber wenn ihr ja noch andere Pflanzen haben wollt, außer Erdbeeren, macht erst. Ja, 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 dann bist du dran, ne? Ich bin dran, ne? Ja, dann macht ihr erst mal, äh, die, nein, die Bäume fällen da, die in unserem Häuschen drin sind. Oder drumherum gleich auch noch. Nein, vielleicht brauchen wir die als Schutz. Achso, wenn ich kokel, dann ist natürlich auch doof mit den Bäumen. Ja. Dann kommen die ganzen Bäume da. Genau. Moment, dem muss ich, äh, extra im Befehl geben, weil die sind zu klein. Dass sie jetzt schon viel bringen, da 9% erst gewachsen. Ah, okay. Das bringt wenig. Die kann ich nicht automatisch markieren. So. Okay. Also ihr habt die Wände und ihr habt eine Tür, aber, ähm, auf dem Gras würde ich jetzt nicht gern schlafen wollen und, gut, der Sternenhimmel ist schön, aber beim Regen ist das unpraktisch. Also ich hätte schon gerne Holzfußboden. So, ähm. Also das günstigste ist, wenn man einfach den Boden klettet, aber so ein bisschen Komfort kann ja auch sein. Auch für einen Berliner. Genau. Wir haben ja einen Außentuch. So, ähm, dann hätten wir ja einen Dach. Also ihr könnt auch einfach so einen großen Befehl geben, ja, wir bauen jetzt ein Haus mit Wänden, Türen, Böden, Dächern. Dann müsst ihr euch nicht mit jedem Einzelnen... Ja, ist wahrscheinlich besser, wa? Wir hätten auch gerne Einrichtungen drin, ja, so Betten und so weiter. Naja, an dem Rest darfst du dich auslassen. Genau. So, ähm, getrennte Zimmer, jeder ein einzelnes Bett, äh, Gemeinschaftsschlafraum. Gemeinschaft, Alfa, oder? Gemeinschaftsschlafraum, aber ein Doppelbett und ein Einzelbett. Bitte. So, königliches Bett geht noch nicht, da fehlt das Gold. Ähm, wo du das Bett hin? Da runter, da hoch? Da oben, äh, links in die Ecke. Links in die Ecke. In die Ecke? Ja. Äh, ein Doppelbett würde ich eins nach rechts schieben, dass beide reinkommen. Ja. Und das Einzelbett? Max muss nicht, der kann nur... Wo soll das Einzelbett hin? Äh, das kommt, ähm, äh, drei Felder neben unserem Bett. Drei Felder rechts, drei Felder runter. Nee, Entschuldigung, äh, rechts. So, also hier. Ja. Nee. Eins rüber. Ja. Da musst du sagen, ins dritte Feld. Entschuldigung. So. Dann bräuchte man noch ein Tischlein oder so? Genau, ne, die Einrichtung hast du ja gesagt. So, ähm, dat, 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 dat. Ein kleiner Tisch oder ein großer Tisch? Ein großer Tisch hat vier Felder. Der kleine hat zwei Felder. Nein, großen. Großer. Großer. Gut, okay. Ähm, wie wollt ihr den haben? Der kommt nach unten. Ganz nach unten. Runter, runter, runter. Nee, aber nicht so nah dran, weil man muss ja auch dran sitzen. So. So. Noch eins nach rechts und dann ist cool. So, und Stühle? Oder wollt ihr lieber Hocker? Äh, du bist. Äh, Stühle. Gut. Soll ich jetzt an jeder Seite einen dran machen, oder? Also so zwei, 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 zwei. Gut. Ja. Kann ja sein, dass wir mal Partygäste kriegen oder so. Wer auch immer uns besuchen möchte in der Einrichtung. Genau. Ja, gut, wenn die Banditen kommen und die Piraten. Wenn man denen einen Sitzplatz anbieten kann. Genau. Solange wir keine Kannibalen mit bei sind. Genau. Bin ich jetzt dran? Oder wer ist dran? Du bist dran. Ähm, ich möchte gerne, dass ich, ähm, noch ein Feld anbaue. Also kann ich anbauen oder nur Feldarbeiten machen? Also du kannst anbauen auch. Äh, außer Erdbeeren, dafür fehlt deine Fertigkeit. Okay. Dann hätte ich gerne neben dem Erdbeerfeld, hätte ich gerne noch ein Kartoffelfeld, was genauso groß ist wie das Erdbeerfeld. Also sieben und acht. So. Genau. Ach, da ist eine Erhebung im Boden, deswegen kann ich da nichts bauen. Ja, das macht ja nichts. So, ein Kartoffelfeld. Gut, das ist schon. Kartoffeln sind eingestellt. Okay, geil. Das ist eigentlich ganz praktisch, Max. Mit deinem Iroh kannst du gerade die Löcher stechen und die Kartoffelsamen reinschmeißen. Ja, perfekt, wa? Sehr cool. So, wieder baut oben weiter am Haus rum? Der baut weiter am Haus rum. Okay, dann müssen wir noch eine Lagerhalle bauen. Wo soll die ungefähr? Äh, die soll, äh, rechts neben unser Haus. So ein Stück weit, äh, aber auch nach oben geschützt da. Also so in diesem Bereich hier? Genau. Okay, Strukturen. Also wäre auch ganz cool, wenn das Haus, äh, Dings hat, war, äh, mit Lüftung oder sowas. Geht das mit Klimaanlage oder Lüftung? Ist das da mit dem Essen, Verderben und so weiter drin? Ähm, ja, das ist auch drin. Ihr habt jetzt auch von Anfang an andere Fertigkeiten, weil ihr seid ja keine Stammesmitglieder. Ihr seid ja ein höher entwickeltes Volk gewesen. Ihr hattet ja Raumschiffe. Deswegen könnt ihr auch mehr machen. Ähm, aber ich würde am Anfang so eine einfache Lüftung. Okay. Genau. Dann machen wir eine Lagerhalle bitte komplett mit Lüftung. Äh, was für Maße ungefähr? Und das sagt dir Maggie gleich. Äh, so, sechs mal sechs reicht das erstmal? Oder acht mal acht? Ja, acht mal acht denke ich. Acht mal acht. Weil wenn die Kartoffeln also was fertig sind, wir sind zum Ernten und so. Ja, auch, guck mal, da ist lecker Fleisch, da ist ein V. Oh, genau. Eine Tür brauchen wir natürlich auch. Ähm, wo soll die? Aber das macht er ja. Na, hier vorne gleich, genau, da unten, unten, unten. Gut, also mit Böden wollt ihr ja alles haben. Ja, genau. Und Dach und so möglich. Genau, und eine Lüftung. Genau, wir wollen kein verdorbenes Essen. So, dafür braucht ihr aber Stahl. Das ist zufälligerweise genau hier oben. Oh, okay, wer kann, also wer auch immer das abbauen kann, soll es tun. Ich muss gerade mal gucken, ob das überhaupt einer von euch kann. Bergbau kann nur der Max. Na denn, also das kann jeder, aber Max hat die besten Werte. Ja, das ist gut, denn geht es schneller, oder? Ja. Okay, ja, dann schmeiß mich da ran. Äh, ich muss nur kurz gucken, wo der Befehl war. Holzhacken, ernten, abbauen hier. Äh, soll ich gerade das ganze Stahlfeld im Befehl geben? Ja, na klar. Ja, dann haben wir gleich Vorrat. So, das wird dann immer wieder zwischendrin gemacht. Das ist cool, geil. Okay, er soll wieder sein Bett geben, das muss ich jetzt festlegen. Zack. So, und euer Bett ist auch fertig. Cool. Macht ja jetzt schon wieder Spaß, wa? Auf jeden Fall. Und Max fängt an abzubauen. Geil. Wo ist Maggie? Sehr schön. Ja, wo bin ich? Aha. Liegt im Gestrüpp und pennt. Nein, nein, du schläfst nicht. Ich glaubte das. Ähm, was machst du? Du liegst da. Ja. Ich hab mal ausgeruht. Und, TDR, du hast einfach nichts zu tun. Achso, ich hab nichts zu tun. Ja, dann, dann, äh, dann möchte ich bitte, mein Feld ist bestellt, also da ist alles soweit fertig. Ja, sobald da was gemacht wird, ähm, läufst du automatisch dorthin. Man könnte ja zum Beispiel eine Lagerzone errichten mal. Was ist eine Lagerzone? Dort werden alle Materialien, die ihr benutzen könnt, Holz, Medizin und so etwas, äh, abgelagert. Lebra. Und man könnte hier auch schon mal das Lager einrichten, dass dort, zum Beispiel, die Medizin zwischengelagert wird. Ja, dann, äh, wäre das mal, äh, gerade wie Medizin, das ist ja wichtig, aber die Lagerhalle ist ja auch noch gar nicht gemacht, wa? Ja, gut, eine Lagerzone, das Holz und sowas muss ja nicht eingelagert werden. Oder der Stahl. Achso, okay. Aber da oben, ja, genau. Man muss mal den Befehl geben, dass die Medizin dort hingebracht wird, Beispiel. Also eine Lagerzone, wo soll die hin ungefähr? Äh, wo soll die Lagerzone hin? Also am besten nahe von den, äh, Bauplätzen. Dann, dann rechts daneben, äh, rechts neben dem, neben die Lagerhalle, meine Fresse. Ja. Also ich würde gegenüber von dem, gegenüber von unserem Wohnhaus würde ich machen. Nee, ich fand das da schon ganz gut. Also, oder da, nee, da, wo du gerade hattest, fand Maggie ganz gut. Ja, da. So, gut. Äh, da ist die Größe eigentlich egal, das kann man immer wieder ändern. Das, ihr habt ja auch noch nicht so viel zum Zwischenlagern. Und, ähm, hier eine Lagerzone für die Medizin dann. Da kann man später dann noch die Nahrung hinzufügen. So. Genau. Äh, Holzboden, Holzboden. Ah, stopp. Halt. So, Lagerzone. Ähm, Lager. Was erlauben? Nahrung kann man dort schon hin? Ach gut, da wird schon alles hingebracht jetzt erstmal. Okay. Cool. Aber die Rohstoffe machen wir raus, das sollen ja keine Rohstoffe rein. Okay. So. Ja. Genau. So. Holzboden kommt ja dann daneben hin. Ja. Ähm, ja gut, also jagen bringt der noch gar nichts, weil, äh, das Lagerding ist ja noch gar nicht fertig. Und selbst wenn ihr jagen würdet, könntet ihr noch gar keine Nahrung verarbeiten, weil ihr habt in der Richtung noch gar nichts. Oh, wir brauchen ja eine Küche und sowas, war alles? Ja. Oh, na dann. Ähm, wo macht, also die Küche war doch aber auch in so einem Extra-Raum, wa? Ich hab's in der ersten Staffel in einem Extra-Haus, da hatte ich einen Handwerksraum draus gemacht. Genau, wo man auch forschen kann. Sowas hätten wir auch gerne, so einen großen Raum, wo man mehrere Sachen reintun kann, also ein Haus. Okay. Ja. Ja. Äh, das dann gerne, ähm, ja, das hätte ich dann gerne, ähm, gegenüber von dem Lagerhaus mit der Kühlung. Also hier dann. Also, nee, unten, genau, so dass in der Mitte frei ist. Also, da unser Haus drin warst du gut. Gut, ähm, groß genug für alles, oder? Ungefähr genauso groß. Ja. Also es muss schon groß sein. Ja, es muss schon groß sein. Also, ich, ja, ich denke auch so, so, ja, ich denke, elf, elf dürfte passen. Also überall elf dann. Genau. War, oder? Wenn nicht, muss man dann für irgendwas Neues ran. Ja, genau. Kannst du ja auch immer noch umbauen. Soll ich die Tür denn hier auf die Oberseite? Gut. Genau. Böden und Dächer natürlich. So ein Geh wäre cool. Ja, aber ich auch schon. Ja, oder so über Kreuz. Ich mach dieses Fehler als nächstes. Ich nicht. Ja. So. Gut. Dann brauchen wir noch Gehwege, damit die besser rennen können. Lieber Kreuz hin, oder lieber dann, ja. Oder im Kreis. So. Also so alles verbinden, auch mit den Feldern und so. Im Kreis oder über Kreuz. Das ist mir egal. Also ich könnte jetzt nur Beton und Betonplatten anbieten. Ja, das ist in Ordnung. Schön können wir das nachher machen. Welches von den beiden? Betonplatten kosten zwei Stahl, Beton nur einen. Beton einen. Gut. Und wie soll ich sie verbinden? Also gekreuzt, ne? Also von Tür zu Tür. Sozusagen. Genau. Und dann noch runter zum Feld. Genau. Oder zu den Feldern. Ja, genau. Perfekt. Super. So. Sehr schön. So. Ja, dann sind wir ja schon mal fleißig, ne? Ja, die ersten... Hat schon jemanden Burnout oder so? Nein, noch gar nicht. Läuft noch alles gut. Ihr habt noch zu essen, ihr habt Material, es hat jeder was zu tun. Also die ersten Grundsteine für eine Kolonie sind gelegt. Das ist schon mal echt geil. Aber die erste Folge ist jetzt auch zu Ende. Oh, schon? Ja. 30 Minuten rum? Ja gut, okay, aber dann haben wir schon mal ein Grundding, ist ja schon mal geil. Klasse. Klasse. Ja, ja, aber ist ja auch geil, ist ja schon mal cool. Super. So, und wenn das Handwerksgebäude steht, kann Max auch ein bisschen mehr machen, weil gerade Handwerk, da ist er ja begabt. Wie gesagt, man weiß nicht, was er tut, aber er kriegt Geld dafür. Ja, auf meine Menge. Ja, ist schon mal geil. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschauen. Äh, Einschauen, ja. Einschalten. Mal sehen, was die zweite Staffel so bringt, würde ich sagen. Bis denne. Bis denne. Bis denne. Tschüss. Tschüss.